Hallo Leute, hier wieder zurück bei The Walking Dead. Äh, ich glaub du bist Clems Liebling. Ich glaub du bist Clems Liebling. Du kennst das? Really? Ja, sie ist ein großer Fan. Du gehst mit Schein, was ich nie würde. Wir kriegen sie zurück, Lee. Du kennst das, richtig? Ja. Wenn wir diesen Mann bekommen, werden wir aus der Sicht und dich mit ihm verlassen. Du kennst mich? Ich kennst dich. Ich seh mal, ob wir den Glockenturm erreichen können. Ich seh mal, ob wir den Glockenturm erreichen können. Okay. Bezauwärts, aber. Ich will nicht, dass du noch schneller gehen kannst, als du musst. Danke. Ich glaub, das ist ein schwacher Trost in dieser Situation. Wir haben keine Arme mehr, für die Leute, die es nicht wissen. Wir haben keinen fucking Arme mehr. Gut, was gibt's hier zu sehen? Eine Tür. Ja, das... glaub ich auch. Farbe. Eine Leiter. Mitnehmen. Los, in die Hosentasche damit. Rüber zu Humid. Aber wie uns auch keiner hilft. Die Bälle. Ja. Kann uns ein bisschen Zeit kaufen. Draw so viele wie wir können in dieser Weise. Get down off the roof auf der Opposite Seite und Bust unsere asses, getting back to the Mansion. Du denkst, dass du derjenige sein sollte? Okay. Oh, Mann. Kletterer zum Glockenturm. Was erwartet uns da? Das ist immer diese gewisse Spannung. Boah, das war echt Glück gerade. Das ist eine Klappe. Glaub ich, ein Seil. Oha, die kommen ja wirklich alle. Ja, gut. Vielleicht hätte ich gesagt, alles getan. Da war doch noch diese Klappe. Was ist denn damit? Aber runtergehen ist jetzt auch nicht gerade so gut. Das ist nicht so weit. Du schaffst das. Ich bin am Arsch. Mit Anlauf bitte. Ansehen, Kluft. Wieso guck da auf die... Diese Klappe. Naja. Wir springen. Geschafft. Wie geil. Mit deinem Arm. Respekt. Konnten wir noch nicht mit den anderen reden? Scheiße. Bisschen Agro. Kann ich aber auch verstehen. Das Boot ist weg. Das war Vernon. Der Scheißtyp mit dem Funkgerät. Wer? Fuck. Wie könnte das passieren? Clementine. Sie gab ihm das Boot? Sie? Ich glaube nicht, dass sie das tun würde. Hey Leute. Nein, Clementine ist nicht mit dem Boot. Vernon und seine Crew haben es genommen. Kein fucking Weg. What the fuck? Verdammte Scheiße. Hätten dasselbe getan. Sie haben uns verarscht. Auf jeden Fall. Ja. Verliere nicht den Kopf, wo das gut. Nein, wir müssen zusammenbleiben. Und jetzt, ohne ein Boot. Ich weiß, dass ihr zwei einfach nur für Nummer 1 und Nummer 2, du weißt, dir selbst. Es ist nicht so, Mann. Das ist nicht das letzte Boot in Amerika. Die Idee war früher, und es ist jetzt. Die Hauptstadt ist fertig. Und wir haben keine Ahnung, was noch da ist. Ich will nicht, dass wir uns alle getötet haben, auf eine unmögliche Mission. Es wird besser sein, als zu essen. Da, da. At least Lee's thinking. You're goddamn right. We get another boat. But not here. Aren't we all missing the point right now? Clementine is the goal. That's it. Damn right. Oh shit! Here they come! In the house! They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Christa! Here on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny. Kenny. Look for weapons. Gather anything you can find. Will do. Omid. What is it? Was is? Nein. Front doors! Nein! Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Scheiß Viech, Alter. Weg mit dir. Help! Cut your fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there! Hurry! Here in the Schublade, Digga. Wo denn sonst? Yeah man. Naackball. Take your goddamn arms off! Scheiß Zombies Wo noch? Bereiten wir uns auf den Kampf vor Nein Scheiße, nach oben, nach oben Das ist seine Diese Von Vernon, diese Alte Ach, komm schon Komm schon, verschieb Los, 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 schneller, schneller, schneller Weg mit Scheiße Scheiße Was ist, wenn wir nach oben gehen Auf dem Dachboden Ich hab keine Muni mehr Leute, keine Muni mehr Ja, hoch, sag ich doch Dachboden Hoch jetzt Nicht gucken Hoch Na, lass sie da Ist eh leer Ja So Errungenschaft Ein Moment, die wieder Ja Wir hätten nicht hochkommen sollen. Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, der Scheiße. Lass mich in Ruhe, mir geht's gut. Mir geht's gut, kann ich sagen. Wir müssen sofort weg. Hör auf, wir müssen einen Kühlenkopf bewahren. Was passiert, wenn Lee ein anderes Spill nimmt? Hey, look. Wir könnten uns auf eine Larry-Situation hier schauen. Wer ist Larry? Es geht nicht. Er sieht gut aus mir. Wir müssen uns über das Thema sprechen. Ich glaube, wir machen. Ich habe gesagt, wir machen nicht. Leute, ich weiß nicht, was passiert, bevor Omid und ich aufstehen. Aber wir können diese Brücke überraschieren, wenn wir nachher kommen. Lee, ich bin nicht hier etwas anbieter. Aber wie ist das nicht ein Ding? Okay. Wir haben auch so gearbeitet über Clementine, dass wir uns vergessen, was der Scheiße passiert ist zu dir. Meine Arme ist nicht das Problem. Ich bin nicht das Problem. Die 500 Walken in der Haus und keine Tür in dieser Runde sind das Problem. Ja, vielleicht am Moment. Aber wer sagt, wenn es ein Problem wird? In diesem Punkt, es gibt keine Zeit, um es zu tun zu tun. Das ist aus der Hand. Du hörst mich. Wir werden Clementine wiederholen, mit oder ohne dich. Nein, wir hauen ihnen jetzt nicht das Teil über den Kopf. Danke. Oh Mie, da hat man die Fresse. Da ist was dahinter. Im Reihenhaus. Ja, geil, ne? Ja, wir können das tun. Okay. Wir arbeiten in Schiffen. Omid, Krista und ich. Lee, du resten. Wir müssen schnell arbeiten. Jo, und was uns dahinter erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Es tut mir leid, ich habe vergessen, dass ich vorher noch mit ein paar Leuten auf dem TS geredet habe und da ist jetzt gerade einer nachgejoint. Und ich war noch drauf und deshalb tut es mir leid, wenn Omid jetzt mit der Statue hat, wollte er die Stimmung ein bisschen auflockern. Es kommt vielleicht zweimal vor, tut mir leid. Aber ich habe es wirklich vergessen. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge, die erscheint morgen. Haut da rein. Ciao.